Willkommen bei dem Multi Explosion 100. Das sind meine überbliebenen von Silvester, die ich mir aufbewahrt habe für das Jahr mal zum Knallen. Das sind die Packungen, ich zeige es euch mal. Einmal Rauchbomben, Grün, Orange, Blau. Dann habe ich noch einmal Chrom, Chrom 4. Die Rohre sind auch nicht schlecht, kann man mit Knallen, kurze Zünschnur, ein bisschen scheiße, aber es geht. Dann Triangelo, die sind scheiße, weil die verlieren PKS. Das ist alles. Das kommt nicht rein. Dann habe ich, das sind Bienen, Klasse 2, schlecht. Und dann habe ich hier nochmal Piratka. Das ist nicht schlecht. Das ist übrigens alles polnische Ware. Wir sind schon laut. Dann habe ich hier nochmal Schock. Ohne schlecht. La Bomber. Das sind auch La Bomber. Das sind Piratka. Das sind Dino. Schock, Grum, FP3 Smurf. Kugelbomben. Die Deutschen. Dann die kleinsten, kleinsten polnischen Böller. Ja, sind ziemlich laut für die Größe. Ziemlich laut. Dann habe ich hier noch eine Kugelbombe. 1,4 Inch. Nicht gerade viel, aber es ist okay. Dann Kalle Salute. Mein Liebling. Meine Lieblingsböller. Sind sehr schön laut. Kann man schön mitspielen. Das hier wäre dann nochmal ein Megadress. Den Reibkopf. Dann habe ich hier noch. Einmal Pirat. Super Pirat. Kann ich mal aufmachen. So. Ich glaube die knallt. Ja, die knallt. Ne, einmal knallt die. Dann habe ich nochmal FP3. Mit Vorbrenner. Ja, dann habe ich nochmal. Wie heißen die denn? Salutica. Ja, einen grünen Vorbrenner. Das sieht man an den Dingern. Also der hier ist grün und der hier ist jetzt so. Am besten muss ich sagen grün. Er leuchtet sehr schön stark. Dann habe ich hier unten noch ein paar. Achja, die habe ich noch gar nicht aufgesagt. Das ist Doppelknall. Ich habe vergessen wie die heißt. Tut mir leid. NWP. Deutschbriefzeichen. Dann habe ich hier. Das ist Einziknall. Ich knallt mal einmal. Ach, das sind die ja Pirat. Ja. Und das waren jetzt mal alle Sachen. Achja, hier ist noch ein Blinker. Ja. Flash. Blinker. Ist schön. Kann man sich dran gebühren. Und noch irgendwo habe ich einen Deloraner. Aber den habe ich nicht gefunden. Zeige ich euch das nächste Mal. Und ich habe mir noch eine Packung FP3 Small. Äh, Small, ja. Von denen. Wenn ihr zufällig wisst, wo man Blinker herbekommt oder so. Also ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir das schreiben könntet. Weil meiner hat zugemacht. Ja, dann verabschiede ich mich mal. Und ja. Abonnieren, Kommentar oder gefällt mir. Gefällt mir ja klar. Daumen hoch. Alles klar.